Hallihallo Leute, willkommen zu einer neuen Folge in Craft Attack X. Ich kann euch sagen Leute, die Folge heute wird absolut chaotisch und hat richtig viele Highlights. Insgesamt sind es drei Stück und ich werde euch heute hier durchführen, denn die letzten Tage ist hier einiges auf dem Server passiert. Los ging es als erstes mit Krokos Besuch, der meine Fischerhütte bewertet hat. Weiter ging es dann mit einer ganz, ganz traurigen Nachricht. Und zwar hat Krokos hier meine Geheimagentenbasis unter Krokos Burg entdeckt und dann ging es damit weiter, dass ich in Krokos Falle tatsächlich gestorben bin. Also, einiges ist passiert. Ich würde sagen, wir starten als erstes mit der Bewertung der Fischerhütte, die wir im königlichen Auftrag für den Krokos beim letzten Mal gebaut haben. Klopf, klopf, klopf. Herr Burka, sind Sie da? Ciao, da ist er auch schon, der Janus. Ja, guten Tag. Ist da eigentlich noch eine Tür drinnen? Äh, ich weiß es nicht. Das sieht eher aus wie so eine Hundeklappe, habe ich so vom Gefühl. Nee, nee. Ja, das Ding ist doppelte Sicherheit, dass die Dorfbohren, falls mal da offen ist, nicht rauslaufen. Aber da war mal eine Tür drin. Aber die Zombies fressen die immer. Naja. Mann, Mann, Mann. Was treibt dich zu mir? Ich habe einen Auftrag von Ihnen bekommen, werter Krokos. Und zwar sollte ich eine Fischerhütte bauen. Ich weiß nicht, ob Sie noch daran erinnern. Lang, lang ist her. Ja, 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 ja. Hier hinten. Oh, ich sehe schon was. Ja, da sollte schon was zu sehen sein. Auf jeden Fall. Und zwar habe ich mich hingesetzt. Und von hier aus angelt man dann? Genau, da kann man von angeln. Ich wüsste nicht, wozu sonst diese Räumlichkeiten hier sind. Nein. Ich habe mir gedacht, wir bauen hier ein kleines, kleines Fischerhäuschen. Ich habe es jetzt noch nicht angeschlossen ans Wegenetz und ich wusste auch nicht, ob du hier noch irgendwie die Köhle oder sowas ausbauen wolltest. Ich habe jetzt aber einfach mal zumindest die Fläche fertig gemacht und hier so ein rudimentierter Fischerhütte hingezingelt. Ja, ich werde wahrscheinlich hier irgendwie noch den Fluss rauslaufen lassen, weil der muss hier noch weiter. Ja, mach das. Gerne, gerne, gerne. Mach dann rechts oder links vorbei. Weil da unten ist noch so ein Teich, der muss dann auch hin. Okay, perfekt. Oder du lässt es unter der Hütte durchfließen. Die ist ja theoretisch auch auf Stelze, wenn du da Bock drauf hast. Dann mach mal, muss ich mal specken. Vielleicht kannst du dann auch das Gebiet mit rumziehen. Also das sieht ja so ein bisschen aus wie eine Sumpflandschaft. Das könnte ganz gut passen. Also hier, hier sind die Säulen, hier ist auch ein bisschen Wasser drunter. Ja, mal schauen, wie ich das mache. Muss ich mir mal anschauen dann. Genau. Moment, keine Eile. Ansonsten kommen sie mal mit, dann zeige ich mal, wie man als König hier seinen Ruhestand an der gemütlichen Fischerhütte machen kann. Also hier außen siehst du schon, schönes Sumpfgebiet gebaut. Dann natürlich darf auch hier ein schicker Räucherofen bzw. so ein Räucherregal nicht fehlen. Da wird der Fisch getrocknet. Das ist dann auch für die Villager nachher. Bestens mundet, das ist der Plan. Und dann geht es hier schon rein in die Fischerhütte. Gehen sie mal vor. Da wird der Fisch geschlachtet, heißt das? Oder überall? Ja, ja, ja. Da ist einer runtergefallen. Genau, die werden hier getrocknet. Genau, genau. Da hat einer beim Angeln einen Hieg geschmissen. Genau, genau, genau. Und dann kann man hier rausfahren, angeln und einfach so ein bisschen den Frieden genießen. Das ist echt gemütlich. Und man kommt auch rein. Ja, hier. Genau, ich habe ein, zwei Blöcke verwendet. Ich weiß nicht, wie du das mit den Villager machen willst. Die musst du sonst nochmal austauschen. Aber es sollte eigentlich... Ähm, dir werden beide Blöcke wahrscheinlich nicht anerkennen. Okay, weil da Sachen draufstehen. Weil jeweils draufsteht, genau. Da musst du nochmal... Aber die Kerzen könnte man im Zweifel loswerden. Aber jetzt muss man schauen, ob ich überhaupt erst dann, wann ich da Villager rauskarre und ob und überhaupt, weil die sterben wahrscheinlich dann bloß wieder weg. Mal schauen, das wird sich zeigen. Sieht mega gut aus. Okay, perfekt. Dann ans Wegenetz anschließen, den Fluss hier bauen und dann kann es hier losgehen mit dem Angeln, würde ich sagen. Ach ja, das freut mich. Das freut mich, dass die Hütte bei Kroko so gut angekommen ist. Ich bin mal gespannt, was er selber draußen macht. Weiter geht es jetzt mit einer traurigen Nachricht. Und zwar hat Kroko unsere Geheimidentität als IOSA 007 enthüllt. Dafür habe ich ihm im Gebenzug aber auch eine sehr, sehr coole Sache gezeigt. Und hier drinnen habe ich... Ihr habt genau den richtigen, habe ich hier wieder erwischt. Hallo Kroko. Was machen Sie hier? Genau das ist die Frage, die du mir jetzt beantworten kannst. Wollen Sie ein Wodka-Itini geschüttelt, nicht gerührt? Ja, immer. Aber wie kommt es, dass es hier so eine kleine Spelunke gibt? Ich wurde beauftragt von Mr. X. Ich sollte hier nach dem Rechten sehen. Und ich bin nicht IOSA 100, falls man das denkt. Ich bin IOSA 007. Das ist ein kleiner, aber feiner Unterschied. Okay. War dieser ominöse Mr. X auch derjenige, der ihn befohlen hat, er aufgetragen hat, den Knopf zu drücken? Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Da müssen Sie einen gewissen Basti fragen. Kommen Sie mit, kommen Sie mit. Ich habe beruhigende Nachrichten für Sie, werter Kroko. Ich wurde beauftragt, die Besonderheiten hier in der Basis zu erkunden und zu erforschen, warum so viele Villager entführt wurden. Und warum es hier spukt. Und warum in dieser Stadt so viel Unwesen getrieben wird. Und ich habe einen Täter auf frischer Spur erwischt. Jetzt bin ich gespannt. Haben Sie zufällig Blöcke mit? Ich habe eine Menge Blöcke mit, ja. Okay, 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 okay. Also ich kann sagen, das wird jetzt hier eine ganz schöne Schweinerei. Kommen Sie mal mit zum Schweinestall. Haben Sie schon mitbekommen, dass bei Ihnen Villager entführt wurden? Ja, ich bin da stets damit beschäftigt, richtig. Wussten Sie, dass es der Basti war? Durchaus, ja, 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 ja. Kommen Sie rein. Wir müssen jetzt einmal kurz das Schweinchen-Dinnerbohnen hier zur Seite schieben. Die Armen brauchen noch Namen. Genau. Machen Sie mal da Blöcke hin, nicht, dass sie da reinfallen, die armen Schweinchen. Rechts am besten hier einmal so eine kleine... Ah, so. Ah, ich schiebe es mal. Wir schieben mal, wir schieben mal. Perfekt. Genau, das ist gut. Ich hüpfe mal mit. Setzen Sie hier mal einen Block hin und hüpfe ich mal mit rauf. Zack, dann können wir es hier wieder zumachen. Und zwar hat er einen Geheimgang gebaut. Ich glaube, den haben Sie schon entdeckt, mit dem die Villager entführt wurden. Richtig. Ich habe eine Methode gebaut, um die Villager zu retten. Ich will aber gar nicht reden. Ich überzeuge Sie von den Taten. Setzen Sie sich mal hier ins Minecart rein und fahren Sie mal mit runter. Das müssen Sie leider einmal selber setzen und anschieben. Das hört sich irgendwie sehr vertrauenserweckend an. Aber egal. Man lebt nur einmal. Wuhu. Oh, warten Sie mal. Jetzt muss ich hier... Hände hoch. Ach. Yeah. Und jetzt geht es zu Basti, oder? Jetzt fahren wir zu Basti. Auf zum... Okay, jetzt geht es wohl doch ins Lava-Pit. Ich? Nein, 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 nein. Es geht nach oben, nach oben, nach oben, nach oben. Weiter nach oben, weiter nach oben. Noch weiter nach oben. Noch viel... Ach. Wo sind Sie denn wieder rausgekommen? Ja, guten Tag. Ähm... Also... Nein, die Schweine sind ausgebrochen. Nein. Die Schweine sind... Okay, okay, okay. Die retten wir noch. Das ist kein Problem. Ich bin mir nicht sicher, ob man... Ah, doch, da kann man... Okay. Okay, okay, okay. Also, ich habe etwas gebaut. Das dürfen Sie aber nicht den Basti verraten. Und zwar, wenn versucht werden, die Villager zu entführen, aktiviert sich die geheime Weiche und die Villager kommen automatisch wieder bei Ihnen hier raus. Nice. Nice. Das, ähm, ist sehr löblich. Vielen herzlichen Dank. Ja, ja, ja. Es ist sonst noch ein akuter Auftrag hier los. Oder, äh, kann IOSA 1007 hier seinen Job beenden und offiziell in... ...in Ruhestand gehen. Sollte ich mal... Sollte ich mal wieder Not am Mann haben, dann rufe ich natürlich die Ghost Janusse. Korrekt. Ghost Janus. Sehr gut. Der erste Auftrag, wie immer, kostenfrei ab dem zweiten. Nice. Ah ja, teuer. Ich weiß schon. Oh, oh, oh. Puh. Ich würde sagen, da hatten wir wirklich Glück gehabt, dass der Kroko so entspannt reagiert hat und das Ganze so locker aufgenommen hat. Jetzt geht es aber echt mit einer peinlichen Nummer weiter. Denn, wenn wir jetzt hier einmal auf die Liste schauen, seht ihr, der Tod Nummer 13 ist dazu gekommen. Und ich sag nur, Krokos Fallen sind wirklich mehr als tödlich. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Man drückt in Minecraft keine Knöpfe. Ich war bei Kroko unterwegs, hab seine Geheimgänge erkundet und aus welchem genialen Grund auch immer die olle Soundplatte gedrückt. Das Ergebnis seht ihr jetzt. Das wird wahrscheinlich... ...ein sehr, sehr, sehr schmerzhafter Tod. Nein. Kralle. Meine Sachen. Meine Sachen. Meine Sachen machen deine Sachen. Ich hoffe, hoffe, die spawnen nicht. Hallo Mirakula. Schön, dass du da bist. Ich brauche jetzt schnell, 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 schnell Waffen, auch wenn ich die Bodyguards dafür erwische. Man sollte nicht irgendwas drücken. Man sollte nicht irgendwas drücken. Man sollte nicht irgendwas drücken. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Die Zeit wird knapp. Die Zeit wird knapp. Fünf Minuten und dann die spawnt alles. Nicht gut. Gar nicht gut. Hatte der Kroko... Ah, Rüstung hat er noch. Die tue ich ihm natürlich nachher wieder zurück. Aber, ähm... Nicht gut. Gar nicht gut. Gar nicht gut. Okay, Schwert ist da. Bogen ist auch da. Das ist doch schon mal was. Das sieht gut aus. Spitzhacke nehme ich auch mal mit. Schaufel auch. Ich weiß nicht, wofür. Oh Mann, hat der Kroko hier... Oh nein, jetzt hat er hier noch aufgeräumt. Hat er hier noch irgendwo Blöcke? Ja, hier hat er noch mal ein paar Blöcke. Ich nehme die mit. Ich brauche im Idealfall noch Sand. Oder Erde. Irgendwas, was ich schnell abbauen kann. Und Essen. Essen schadet auch nicht. An apple a day keeps the doctor away. Ähm, jetzt müssen wir mal schnell gucken. Hier ging's glaube ich rein. Okay, okay, okay. Äh, jetzt musste ich ein Item glaube ich hier hinschmeißen. Geht die Tür auf? Ja, sehr gut. Hallöchen, Villager. Jetzt muss ich hier mal schnell entlang. Äh, 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 einmal über die Brücke. Hier ging's runter. Okay, 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 ich muss aufpassen. Ich habe keine Elite dran. Ich fliege jetzt hier nicht runter. Nicht, dass ich jetzt hier runterspringe und direkt sterbe. Geronimo! Okay, okay, okay. Hier ist der Gang rein. Das ist die Kammer. Kroko, mir tut's leid, wenn ich jetzt die Bodyguards hier kalt erwische. Aber da liegen all meine Items. Ich, ich, ich will's nicht. Ich, ich will's nicht tun. Ich muss es aber tun. Mir, mir bleibt nichts anderes übrig. Ich muss da neue reinlocken. Das tut mir echt leid. Meine Sachen sind mir wichtiger als die, als die Zombies. Ich, ich hol dir neue Name-Tags und benenn die nochmal. Aber die haben, die haben meine Ausrüstung. Ich weiß, es tut, es tut weh, Kroko. Ah, nein. Ah, wie dumm kann man sein. Wie dumm kann man sein, Janus. Man drückt nicht einfach irgendwelche Knöpfe in Minecraft. Und die Kinder, die armen, süßen, klein. Komm. Jungs und Mädels, verschwindet hier. Okay, okay, okay. Ich glaub, den Großteil hab ich wieder. Ja, schaut so aus. Ich würd sagen, Krokus Base ist auf jeden Fall die, äh, sicherste Base. Und das war nur, glaub ich, sicherlich eine von vielen Fallen. Was lernen wir daraus? Nicht einfach irgendwelche Knöpfe drücken. Neue Zombies muss ich natürlich jetzt hier reinbringen. Aber, aber, aber. Äh. Wie krieg ich das Teil jetzt wieder auf? Drück ich hier auf den Notenknopf? Passiert nichts. Ich hör auch kein Geräusch. Okay, okay, okay. Das heißt, hier ist keine Falle. Aber wie krieg ich die Falle denn wieder zu? Ich, ich, ich hab keinen Plan. Ich lass es mal lieber. Ähm. Okay, vermutlich von der anderen Seite. Ich mach jetzt mal hier kurz die, die Tür auf. Und die Blöcke setzen wir natürlich wieder hin. Jetzt ist die Frage, wie wir die Villager hier reinbekommen. Hab ich Villager gesagt? Ich, äh, meinte natürlich Zombies. Die armen Villager haben hier unten besser nichts zu suchen. Elf Name-Takes mit Bodyguards sind da. Das sollte zumindest für die Zombies reichen. Ich weiß, dass hier auf jeden Fall anscheinend weitere Fallen sind. Die Frage ist, ob ich die Falle wieder deaktiviert kriege. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay, dann, dann nehm ich die Teile mal raus. Das heißt, die Falle kann ich benutzen. Ich hab die Befürchtung, dass hier andere Fallen bei sind. Ich glaube, hier ist noch ne Falle. Und hier ist noch ne Falle. Die ich nicht, ähm, mehr aktivieren kann. Nenn ich das. Äh, wenn ich die kaputt gemacht habe. Also, wenn ich jetzt hier aus Versehen ne Falle auslösen würde. Ich vermute, dass hier irgendwas ist, wenn ich das so sehe und den Knopf drücke. Dass ich die nicht wieder heile machen kann. Bei der Falle, ich muss es mir echt merken. Bei der mittleren sollte es aber hoffentlich kein Problem sein. Das heißt, es sieht schon mal gut aus. Um die Zombies hier gleich reinzulocken. Mach ich mal den ältesten Minecraft Trick aller Zeiten. Die Zombies erkennen das hier als volle Lauffläche. Und würden quasi drüber laufen. Das heißt, die fallen hier rein. Nein, die Frage ist, äh, wo bekomme ich jetzt Zombies her? Und nein, ich drücke keine Schalter mehr. Ich drücke keine Knöpfe mehr. Und ich drücke auch nicht irgendwelche Musikbuttons jetzt hier. Aber, das muss ich erstmal gucken, wo die Zombies herkamen. Ich mach mal das Licht aus. Vielleicht spawnen die von alleine Krokos Stadt. Das wäre gut ausgeleuchtet. Und dann locken wir die mal hier in die Falle. Das mit den Zombies gestaltet sich gefühlt schwieriger, als ich gedacht habe. Ich hab jetzt hier mal die Treppe ins Nichts gebaut. Und zufällig hatte der Kroko hier hinten, ihr seht's, eine Höhle. Und die Höhle nutze ich jetzt hoffentlich mal, um den ein oder anderen Zombie hinter mir herzulocken. Sieht aber irgendwie gefährlich aus, wenn ich mal ganz, ganz ehrlich bin. Also, ich muss die Purschen irgendwie erstmal jetzt zu mir hinbekommen. Komm zu, Papa. Ihr habt eine neue Aufgabe. Ich mach euch gleich zu Bodyguards. Ähm, wenn ich das grad sehe. Wollen wir einfach so frech sein und Creeper in die Falle tun? Oder ist das nicht so die gute Idee? Wahrscheinlich nicht, dann hätte die nur ein Einmaleffekt und wäre nicht so ganz nachhaltig. Aber, was meint ihr? Sollen wir Creeper auch in die Falle tun? Komm, komm her. Komm zu, Papa. Komm hierhin. So, er müsste jetzt denken, er kann zu mir gehen. Benannt ist er. Ha, jetzt kann er nicht mehr die spawnen. Und der erste Bodyguard ist in der Falle. Ah. Das war der zweite kleine Bodyguard. Hallöchen. Silbermilbe, was machst du denn hier? Jetzt kommt der nächste. Perfekt. Zack. Jetzt haben wir hier zehn Stück drin. Auch welche mit Rüstung. Das sollte ziemlich genau so sein, wie es beim Kroko war. Sehr gut. Jetzt. Was macht ihr da? Jetzt deaktivieren wir die Falle. Das war doof. Das war doof. Jetzt deaktivieren wir die Falle mal. Ich hoffe, dass wir jetzt nichts kaputt gemacht haben mit der Schose. Ich muss hier gleich noch drüber fliegen. Wartet mal, wartet mal, wartet mal. Oh, oh. Erst den Weg abbauen. Jetzt. Ja. Perfekt. Perfekt. Jetzt schaut es gut aus. Alle sind benannt. Man sieht nichts mehr. Und wenn man jetzt den Knopf drückt, dann aktiviert sich die Falle. Und man würde hier reinfallen. Okay, sehr gut. Die Items, die despawnen, die Zombies sind drin. Das heißt, Krokusfalle läuft wieder. Puh. Ich würde sagen, da habe ich noch mal Glück gehabt. Das war mal eine ereignisreiche Folge, Leute, würde ich sagen. Wenn sie euch gefallen hat, gebt gerne einen Daumen nach oben. Abonniert den Kanal kostenlos. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr die Folge fandet. Ich sage an dieser Stelle Dankeschön fürs Zusehen. Und bis bald zur nächsten Folge.